Ja, ich möchte einhalten, was du sagst, weil manche sozusagen sehen noch gar nicht, wie weit die Digitalisierung da schon geht, also ohne, dass wir leider unbezahlte Werbung hier machen für OneNote, was ein Microsoft-Produkt ist, aber die können zum Beispiel einfach mittlerweile einen Screenshot, den du dir mit deinem Tool gemacht hast, einfach von irgendwas, vom Bildschirm, haust du dort rein, kopierst das einfach rein und die lassen im Hintergrund so eine Texterkennung drüber laufen. Und du kannst einfach drei Sekunden später ein Wort eingeben, was in diesem Screenshot zufälligerweise steht und er findet es dir trotzdem. Und das ist halt natürlich einfach so ein Mehrgewinn, wenn du das einfach dann regelmäßig nutzt und dann baust du so eine Mini-Doku, du machst ein paar Screenshots, schmeißt sie dort rein und dann schreibst du nur ein bisschen was dazu und auf einmal wird das alles gefunden über das eine wichtige Wort, was sowieso im Screenshot drinnen steht oder du hast halt eine Überschrift dazu gemacht etc., Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.